immer wenn ich in mein penthouse nehm am airbus spinn lass ich eine baddie in den airbus springen überleg was mir mehr plus bringt weil mein hauseingang heut noch serjoff stinkt nachbar denkt dass das airsoft sind aber extendo habe mehr shots drin escorting geht direkt all in jump shot michael air jordan mia run to the money lauf dem biathlon vor der tür steht der neueste g-wagon chianon jeder peach der unserm weg kreuz bin unterwegs heut im neuesten brief roist ne menge girls warten auf ein upgrade kapp ne berg hin und sag ich sag denen das gain denn duckface wird zum fuckface penthouse interieur in cyber truck grey nur weil ich pisse am backstage gekokst hab seid ja noch lang keine escos und so start soldiers tauchen abwechselnd die wohnhaft heftling des monats immer wenn ich in mein penthouse nehm am airbus spinn lass ich eine baddie in den airbus springen überleg was mir mehr plus bringt weil mein hauseingang heut noch serjoff stinkt nachbar denkt dass das airsoft sind aber extendo habe mehr shots drin escorting geht direkt all in jump shot michael air jordan es ist niemals die hood die mich verlässt deshalb hab ich auch ein penthouse in der hood wir hängen ab und wir machen zu viel cash pack die eier auf den tisch und das die kunst spuckt kelly rauch aus meinem mund währenddessen nimmt sie auf der couch in den mund fuck bounce ihr arsch und der ist rund topmodel geile milf wie heidi klump euros dollars franken dinar check it new jack city aka vt7 der nato gepanzerte range autobiografie bunker geld wie ein abgefuckter mess immer wenn ich in mein penthouse nehm am airbus spinn lass ich eine baddie in den airbus springen überleg was mir mehr plus bringt weil mein hauseingang heut noch serjoff stinkt nachbar denkt dass das airsoft sind aber extendo habe mehr shots drin ist konnte in gie direkt all in papa jump shot michael air jordan Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.